Hast's geschafft. Du hast gefunden. Drake? Was? Da war alles leergeräumt. Falls da irgendwo ein Hinweis versteckt ist, war er nicht zu finden. Bist du sicher? Hast du an der richtigen Stelle gesucht? Vielleicht hab ich nur irgendwas in dem Brief übersehen. Vielleicht gab's noch einen Turm, der schon längst eingestürzt ist. Na ja. Gibt's irgendwelche Skizzen für diesen Laden? Ich meine, Baupläne oder so? Ja, kann sein. Da ist ein ganzer Haufen alter Akten. Okay, toll, toll. Schau sie dir durch. Sieh zu, was du rausfindest. Ich rede inzwischen mit Sam. Er ist unser Avery-Experte. Vielleicht kriegt er dieses ganze Chaos auf die Reihe. Okay, ich seh mir die Akten an. Los, dreh dich um. Okay. Wenn du mit ihm geredet hast, komm zu mir. Alles klar. Gringo! Wenn ich dich noch einmal beim Prügeln erwische, gib's eine Woche im Loch! Das ist ein guter Schauspieler, Vagas. So gut wie ich. Mir. Ich kann sagen, suerte der Principiante, ¿verdad? Hijo der putz. Lo siento, chicos. Tengo que herme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti, ¿verdad? Man, die haben dich ganz schön fertig gemacht. Bist du okay? Ich hab schon Schlimmeres eingesteckt. Komm. Hey, wo, 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 wo. Willst mich doch wohl nicht im Dunkeln lassen. Du hattest recht. Nein, wir hatten recht. Jetzt müssen wir nur Rafe finden. Rafe. Fang, fang nicht an, bitte. Komm schon. Wie du sagst, wir waren das. Du und ich. Und jetzt soll dieser reiche Sack den Rahmen abschöpfen? Wie lange haben wir versucht, hier reinzukommen? Wir hatten Hinweise. Nein, hatten wir nicht. Okay, keinen einzigen. Es ist so. Kein Rafe, kein Vagas. Und wir wären nicht hier. Ja, apropos Vagas. Wir haben ein Problem. Was für ein Problem? Hat er dich ins alte Gefängnis gelassen? Ja, ja, hat er. Okay. Nachdem er den Brief las. Oh. Hm. Hm. Und wie viel weiß er? Genug für einen Anteil. Ach, scheiße. Rafe, falls sonst noch jemand davon erfährt. Rafe, ich kläre das mit Vagas. Keine Panik. Und jetzt kümmern wir uns um wichtigere Dinge. Okay. Suchen wir uns was für uns niemand. Stört. Okay, die Luft ist rein. Okay. Und was haben wir? Oh, scheiße. Hm? Darf ich? Sei vorsichtig, okay? Holz mit Gold und Silber in Tarsien. Sehr schön verarbeitet. Es ist hohl. Würde sich einer von Averys Männern die Mühe machen, ein Kruzifix zu verstecken? Es ist kein Kruzifix. Ein Kruzifix repräsentiert nämlich Jesus. Es ist nicht Jesus. Hast recht. Keine Dornenkrone. Er ist ans Kreuz gefesselt. Na, wenn's nicht Jesus ist, dann... Lies die Inschrift. Ähm... Digna Faktis Rezipimus. Wir empfangen... Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Ja. Sieh mal an. Ein katholisches Waisenhaus hat auch Vorteile. Der heilige Dismas. Ja, der reumütige Dieb. Wo ist die Verbindung? Jungs, tun wir so, als hätte ich die Sonntagsschule geschwänzt. Okay. Bei der Kreuzigung wurde Jesus zwischen zwei Diebe gehängt. Okay. Einer von ihnen verspottete Jesus. Der andere, dieser Typ, war reumütig. Er nahm seine Strafe mit Demut. Und Jesus führte ihn ins Paradies. Reumütiger Dieb. Ja. Was? Du hast die Lösung. Es gibt eine Kathedrale des heiligen Dismas. In Schottland. Warte, Avery wurde zuletzt in Schottland gesehen. Das kann kein Zufall sein. Ach. Wisst ihr, ich hatte meine Zweifel bei euch beiden. Aber... Finden wir Vargas und dann raus aus diesem Drecksloch. Ich... Lass mich raten. Mit dem Kerl hast du dich angelegt? Da... Wusste ich noch nichts von seinen... Freunden. Ich hab mir gesagt, dass wir uns nicht endet. Mir... Janos Garnaste. Okay? Ich bin sehr lange zu sprechen. Hey, weißt du was? Du nicht mit dir. Okay. Wow. Boah, Alter. Okay, 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 okay. Wow. Ah, okay, hier kann ich ausweichen. Okay. Mir geht's gut für's Erste. Oh. Ja, ja, ich bin ja dabei. So, hier der noch. Und... Okay, den haben wir platt gemacht. Wo ist denn noch einer? Oh, ho, 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 ho. Okay, der ist auch platt. Cool, wir müssen einfach auch zusammenarbeiten, ne, bei sowas. Zau ihn doch um. Boah, der hat auch ein Messer, der Pisser. Komm, hau ihn doch um. Ja, jetzt mach ihn doch platt, ey. Jetzt hau ihn um, hau ihn um. Komm. Wow. Wow. Ja, jetzt mach ihn doch mal. Oh. Hey, hey, las, los. Gut, espera. Ja, basta de hablar. Oh. Oh. Alguien más necesita que le recuerde con las regas. Aliense. Oh. Hat er uns wohl erwischt, ne? Wie wir doch was schmuggeln wollten. Dejanos. Dejanos. Hast dir Zeit gelassen? Wir wurden fast getötet, Mann. Kann doch kommen. Vargas. Im Ernst? Oh. Ich hab nichts gefunden. Muss der falsche Turm sein. Und? Was soll ich sagen? Ich bin Katholik. Hab immer eins dabei. Witzig. Hey, hey, hör zu. Es ist wertlos, okay? Haltet ihr mich für blöd? Okay. Du willst neu verhandeln? Schön. Benimm dich nicht wie ein Kleinganobe. Und jetzt weg damit. Danke. Danke. Wir geben dir, ähm, 10%. Die Hälfte. Wir machen die ganze Drecksarbeit. 20. Ohne uns würdest du ihn nie finden. 25. Alle gleich. 25. Hört sich das fair an, Jungs? Damit kann ich leben. Ja, klar. 400 Millionen durch vier, das geht. Wir haben einen Deal. Ja, einen Deal. Okay. Ich stelle den einfach mal ab. Alter, was ist denn mit dem verkehrt? So, ein Idiot. Wow. Ja, rauskommt. Wegen dem Idioten, ey. Müssen wir jetzt hier stiften, geh. Sticht er den einfach ab? Was läuft denn bei dem falsch? Wow. Lauf doch, lauf doch. Wow. Ich bin am Start, komm. Shit. Shit. So, und jetzt? Nicht. Noch eine Sackgasse. Die Feuerleiter. Neat, bring mich da hoch. Hallo, Sam. Ja, lass dich halt mal runter. Danke. Ja, klar. Wir haben jetzt einfach vordrängelt, der Pisser. Boah, Alter. Wohin denn? Wohin denn? Sicher. Boah, shit. Wir dürfen uns wieder prügeln. Okay, dann haben wir auch. Schafft mir dieses Schwein vom Hals. Ja, komm. Ach, da haben wir sie verschieben. Okay. So. Weiter. Natürlich haut der ohne uns ab. Schnell ist es. Na los, nach dir. Oh. Okay, alles sauber. Dann. Ort ist ein Irrgab. Jetzt wollten sie nicht, dass wir abhauen. Du. Da. Hey, Ralf. Schön, dich zu sehen. Geh uns die Rette runter. Genau, helf uns hier mal ein bisschen, du. Da ist der Leuchtturm. So ein Dödel. Wow. Boah. So, wo jetzt hin? Boah, mal quer über die Dächer geobst, ey. So, weiter geht's da rüber. Verdammt. Jetzt. Jetzt. Geh. Ah, shit. Wow. Wow. Sam. Komm. Ich zieh dich hoch. Ich hab dich. Komm. Oh, den hat's erwischt, oder? Sam. Nein. 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 Nein, felschlein. Felschlein. Sam. Die andere Hand. Los hoch. Nein. Sam. Wir müssen weiter. Nein, er ist doch da unten. Nein, er ist tot. Komm, das Boot ist aufs anderen Seite. Nein. Ich kann nicht. Ich, ich lasse ihn nicht hier. Kate. Dein Bruder ist tot. Komm mit mir oder geh zu ihm. Wie du willst. Boah. Wegen dem Pisser ist der Bruder jetzt tot, ey. Können wir den irgendwie nach oben legen nachher? Ich hoffe's. Ich komme. Ich komme. Okay, ich muss weiter. Oh, ist es bei gar nichts? Oh, 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 oh. Wow. Oh, 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 oh Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020